Die zwei Stars der ersten Stunde von Big Brother sind schon längst keine Freunde mehr. Nun reagiert Zlatko auf die aktuellen Vorwürfe von Jürgen Milski. Promi Big Brother Zlatko spricht Klartext zum Verhalten von Jürgen Milski. Sie waren die Stars der ersten Big Brother Staffel. Zlatko Trypkowski, 47, und Jürgen Milski, 60. Mit seiner erneuten Teilnahme des Formats nach 23 Jahren und seinem Einzug in den Promi Big Brother Container, 2023, hat Jürgen Milski für viel Furore gesorgt. Durch einen Eklat mit Mitbewohnerin Paulina Liubas, 26, hat es sich das Big Brother Urgestein mit vielen Zuschauern verscherzt, musste als dritter den Container verlassen. Auch über Zlatko zog Jürgen während seiner erneuten Teilnahme her, ließ kein gutes Haar an ihm, als er an den gemeinsamen Erfolg nach der Show im Jahr 2000 zurückdenkt. Der dachte, er wäre der größte Sänger. Ich habe ihm gesagt, wir hätten das Lied furzen können, weil es nicht um die Stimme geht. Mit seinen eigenen Werten konnte Jürgen das nicht vereinbaren. So bin ich nicht. Wir waren völlig verschiedene Charaktere eigentlich. Darum hätte die Freundschaft im wahren Leben auch nicht gehalten, und beide seit über 20 Jahren keinen Kontakt mehr. Zlatko äußert sich zu Vorwürfen von Jürgen Milski. Das lässt Zlatko aber nicht so einfach auf sich sitzen. Er hat eine klare Meinung dazu. Der kann von mir denken, was er will. Ich hätte das niemals öffentlich über ihn gesagt, und dann auch noch vor laufenden Kameras. Alles, was Jürgen von sich geben würde, wäre genau umgekehrt gewesen. Wahrscheinlich spricht er von sich selbst. Das ist nicht nur gemein, das ist gelogen. Wahrscheinlich hat er einfach keine Aufmerksamkeit mehr. Das ist nicht nur gemein. Vielen Dank.